Prinzessin von Hyrule, es gibt keinen Grund für mich, eure Bitte abzulehnen. Wie Jigar wandert, die die Verheerung Ganon zurückbringen will, soll es auf unser heiliges Erbe abgesehen haben. Mit Freuden helfe ich beim Bezwingen der Verheerung. Königin der Gerudo, Urbosa, im Namen des Königs von Hyrule danke ich euch. Wie ernst und feierlich du warst, Urbosa. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Wirklich? Ich habe dich zuletzt vor zehn Jahren so gesehen. Damals hat mein kleines Mädchen nicht oft gelächelt. Urbosa, ich wollte dich das schon länger mal fragen, aber warum bist du eigentlich immer so mütterlich zu mir? Hey, ihr zwei da. Ihr habt Glück, dass ich nichts von euren Methoden halte. Ich greif nicht von hinten an. Na los, kommt. Oh, Bosa! Ihr habt Glück, dass die Prinzessin da ist. Sonst hätte ich euch aufgeschlitzt. Jetzt haut ab. Mütterlich trifft es eigentlich ganz gut. Hä? Wir waren gute Freundinnen damals. Und immer wenn sie dich im Arm hielt und dir in die Augen sah, hat sie ganz glücklich gelächelt. Du meinst meine... Zehn Jahre ist es jetzt her. Du hattest gerade deine Mutter verloren. Aber anstatt zu verzweifeln, hast du alles gegeben, um eine gute Prinzessin zu sein. Ich möchte einfach immer für dich da sein. Das bin ich ihr schuldig.